Was soll ich heute tun? Was soll sie heute tun? Was soll ich heute tun? Was soll ich tun? Auf meinem Bett zu hüpfen, das find ich amüsant. Herr Nilsson und Kleinonkel, trag ich mit einer Hand. Den Schotten tanzt, den tanze ich ganz doll und immer zu. Lauf in der Küche Schlittschuh, kein Pfannkuch findet Ruhe. Mach Ratschlag in der Schule und jetzt geht es richtig rund. Guten Morgen, Villa Kunterbund. Was soll ich heute tun? Was soll sie heute tun? Was soll ich heute tun? Was soll ich tun? Was soll ich heute tun? Was soll sie heute tun? Was soll ich heute tun? Was soll ich tun? Was soll ich heute 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 tun?